moin moin leute und ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren runde raft nach einer langen langen zeit mit dem mike heute zusammen servus so da haben wir heute aussortiert weil der nicht hören wollte ja immer alles durcheinander erst mal alle drin weil ich mehr brauche macht das mitnehmen auch noch stuff coax habe ich mehr habe ich mehr brauche gar nicht nehmen nicht unbedingt dahin wo das gift war auch da ist müssen wir doch wieder springen ja ja genau wo du hast deine jumpscapes mitgenommen habe ich ach hätte man nicht noch eine schippe mitnehmen sollen für dreck oder achas in ajud wir müssen nur gucken wo es lang ging ich glaube wir mussten noch ein höher war denn dort oder zur station 462 wenn du wieder zurück gehst da wo wir eben lang gegangen sind musstest du nur ein aufgang höher stehe jetzt vom schild stückchen zurück ist das müssen ja auf jeden fall holz noch mal mitnehmen ja nämlich nur 200 hat man die großen bäume nicht hatten können ja aber die hier die kleine die kannst du auch nicht also manche von den bäumen kannst du mitnehmen so dann packen wir mal die jumpscapes aus ja die dinger gehen unter jetzt mit einmal ich verlernt so war das schon ja ja den code haben wir schon wollte nur hier ist der glühbirne reinschrauben ich dachte passiert jetzt irgendwas hat er seine glühbirne wieder ich dachte passiert jetzt noch irgendwas war ja nicht unter eine hängebrücke war da auch schon drüben ja ja wir waren schon überall ach so wollte nur die bühne hier hinbringen ich gehe auch noch mal gucken hier noch mal gucken weil du hattest dodo auch weil du hattest dodo dabei gehabt der feierst du die hälfte das ist wohl wahr hat er schon wieder das schild hierhin gehängt ist so ein schiff wird ja er hat die schilder schon wieder geändert okay hat er hat er schon mal ein bären erlegt ja das stimmt was da die auf die mama schon wird von welchem tier kriegen wir denn leder und welches wandelt und dem bären leder da wolle brauchen wir wolle und eier müssten wir mal langsam auf eine insel und ihre jagen ja wie gesagt hier vorne läuft also würde ich sagen doch irgendwie noch ein stockwerk bauen wo wir denn die tiere hoch machen ja also ich stehe hier am schiff ich sehe das floß ja na denn endlich papa kommt jetzt einmal rundherum herum geschwommen ja ich habe mich verlaufen hier habe ich einfach ins wasser gesprungen das ist unser essen ein error oh nein ein error ja mein error so ich brauche saufen dann komm hoch hier unten auch eins achso ok wieso nicht wollen wir noch eine etage bauen für für die tiere würde ich sagen ja warte mal wieviel holz haben wir denn überhaupt irgendwas ist gerade mega verbuggt habe ich das gefühl ich brauche noch eine kartoffel ja hier ist sonst was irgendeine mod mag uns nicht mehr aber mir zeigt auch irgendeiner immer unten rechts kommt immer er rum ja ach da kommt er gerade auf mich zugesprungen hehehe i have's ein glanzschuss schöne sache enderror mal 44 56 aber was mal 80 vielleicht schätze mal dass irgendeine mod die geupdatet werden muss gehe ich jetzt mal von aus so du bist jetzt die Sabine Sabine ach ne Batterie brauchen wir ja auch noch ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020